Ah, guter Mr. Eintracht hier. Ihr seht, hier oben, ich war gerade im Livestream, habe natürlich länger gemacht, Mario und ich, weil wir natürlich noch die Zeremonie angeschaut haben, noch über dies und das geredet haben. Erstmal fällt ein Respekt an Toni Kroos auch, dass er danach im Interview das so reflektiert wiedergegeben hat. Das ist ja manchmal schwer möglich als Spieler, man sieht es falsch, aber er ist halt hier erste Halbzeit. War Dortmund die klar bessere Mannschaft und es hat auch in der zweiten Halbzeit gedauert, bis man die bessere Mannschaft, also er, gewesen ist. Aber im Endeffekt kann man leider Gottes sagen, dass sich dann doch vielleicht Real Madrid aufgrund ja hinten der Dominanz, sage ich mal, verdient hat, weil sich die Fehler als Eiskalt ausgenutzt haben. Dortmund hätte in der ersten Halbzeit locker in die Führung gehen können. War leider nicht der Fall. Für mich auch traurig, ich meine hier, die haben uns nicht in die Champions League geholt, sie haben uns 30 Millionen gekostet, alles gut. Nein, wir spielen in der Europa League, ist auch geil. In der neuen, ihr wisst ja, neue Champions League etc. Ist schon geil gewesen, auch so mit dabei zu sein mit dem Geld etc. Aber es ist einfach bitter für Dortmund, weil die hätten sich belohnen können und die Großchancen waren da. Aber im Endeffekt der Eckball oder etwa die Situation zu Eck geführt hat. Dann ist da, klärt den Ball vom eigenen Strafraum, zentral, flach, mittig, wo zwei Real Madrid-Spieler stehen. Natürlich schießt er den da drauf. Haut den hoch, weit weg, haut ihn zur Seite irgendwie. Aber nicht flach in die Mitte, wo zwei Real Madrid-Spieler stehen. Ja, und das sind die Ecke, die dann da resultiert ist. Da passiert dann das 1-0 und das war auch nicht gut verteidigt bei der Ecke. Also Fülle geht da, glaube ich, gar nicht richtig zum Kopfball. Hummels versucht natürlich auch mit dem Kopf zu klären, oder eher mit der Hand oder so. Wäre aber rote Karte gewesen. Und Elfmeter, das hätte eh nichts gebracht. War halt bitter. Dann kann man sich fragen, ja, kann Hummels ja nicht dahinter stehen? Ja, aber dann steht ja vielleicht Kobel im Weg oder dann ist der andere Spieler frei. Ist halt schwierig in der Situation. Ist halt einfach die Situation, den Eckball hätte es eigentlich gar nicht geben, also dürfen schon, weil es der Eckball war, aber der Situation hätte es gar nicht kommen müssen, weil die hätten einfach den Ball besser klären müssen. Und das ist einfach ein Fakt. Und, vergessen wir nicht, was auch noch der Punkt ist, das 2-0, aber die Auswechslung kurz vorher, für mich war es eine Fehler, die mir auszuwechseln. Das war aber nicht ausschlaggebend für das 0-1, weil das kurz danach passiert, dass es nicht ausschlaggebend gewesen war, weil dazu noch nicht die Situation da war. Aber für mich war Ade Jemi, auch wenn er hier und da unglücklich gewesen ist, er hat Tempo reingebracht. Und du hast auch gemerkt, seitdem Adeby hier draußen war, in der Laufe der Zeit, da ist nichts mehr passiert. Es ging kaum noch was nach vorne, wenig nach vorne. Und dementsprechend ist es halt enorm, enorm bitter. Und es war die falsche Entscheidung. Ich meine, klar, wenn wir mit Marco Reus einwechseln, wenn wir mit Reus irgendwas nochmal die Zeit geben, keine Frage, aber Reus hat jetzt nicht so die Initialzündung gegeben, die man sich vielleicht erhofft hat. Außerdem, unter mich auch ganz ehrlich, war es schon so, dass ich gemerkt habe, Real Madrid war gerade nach dem 1-0 leider Gottes auch die klar bessere Mannschaft. Das muss man ganz klar sagen. Es wurde ja auch noch schnell reagiert, eigentlich relativ schnell, nach dem 1-0, dass nochmal malen kamen alle her für Brandt. Aber ich bin ganz ehrlich, ich hätte noch Moukoko gebracht, einfach, weil wir in dem Fall die Situation besser gesehen haben. Also auch Mario und ich haben die, wir haben die Situation besser gesehen mit Moukoko, weil er eine Geschwindigkeit reinbringt, aber haben den größten Fehler bei der Auswechslung von Adeyemi gesehen. Das Ding ist aber halt auch, dass Matzen, der hat den kompletten Spiel auch schon so Dinger drin gehabt, wo ich dachte, boah, aber vorne im Dribbling, wo du den Ball einfach so, er will den Ball irgendwie mitnehmen und dann stoppt er den nicht, dann geht das Tor aus. Da waren so ein paar Sachen dabei und ich habe schon so das Gefühl gehabt, das wird noch irgendwas passieren. Ich weiß nicht warum und im Endeffekt, was Matzen da für ein Spiel, für den Peelpass da hinten gespielt hat und den nutzt natürlich Real Madrid eiskalt aus und Winnie macht dann 2-0 und dann da war der Deckel eigentlich schon drauf. Aber wie Kobel da noch dran war, also was für eine Parade was für ein Reflex von Kobel, dass er da dran kommt, aber ja, geht er trotzdem dann rein. Und dann, ja, durfte Kroos ein Ball, was sich einholen, Modric kam, für ihn, Chasselu, der gegen Bayern einen Doppelpack gemacht hat, für Bellingham, Bellingham war glaube ich nicht damit zufrieden, hat kein gutes Spiel gezeigt, also man hat schon die Chancen, aber hätte vorher schon auf 2-0 stellen können, aber war dann ja, verzogen, beziehungsweise noch gerade so geblockt und dann dachte man, das Spiel ist entschieden, war es aber doch nicht. Für den Kroos hat das Ding gemacht, war aber dann doch abseits. Dann dachte man, hat man Dortmund das früher auch geschrieben, 87. aber es war zu Recht abseits und dann wusstest du, okay, das Ding ist wirklich durch, weil ich habe nicht gesehen, dass Dortmund noch was kommt und wie erwähnt, Dortmund war in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr gut, nicht mehr so gut in der ersten Halbzeit, ich muss ja sagen, die zweite Halbzeit hat sich so die erste, ersten 20 Minuten relativ neutralisiert, aber wie gesagt, der größte Fehler in meinen Augen, das hat man gesehen, war mit der Auswechslung von Adeyemi, ich weiß nicht, ob er irgendwas angezeigt hat, das er vielleicht nicht mehr kann, ob, keine Ahnung, Terzich dachte, okay, Reus für Adeyemi ist die richtige Möglichkeit, aber Adeyemi war für mich immer eigentlich mit da, die Initialstellung vorne, auch wenn er, wie das eine oder andere Mal Unglück ergeht hat, ja, und das eine oder andere Mal auch, sage ich jetzt mal, es vielleicht zu schön machen wollte, war vielleicht zu egoistisch, keine Ahnung, er wollte halt so, das sehr hellig, glaube ich, sein, das schöne Ding machen, habe man in der einen oder anderen Mal in der ersten Halbzeit auch gesehen, macht die Buden halt normal rein, aber so ist halt der Fußball, ne, im Endeffekt zählt das Ergebnis, das ist das eine für Real Madrid, ja, die Eintragspieler mit, Europa League, nehme ich hin, bis dann für Dortmund, waren mal wieder ein Finale verloren, innerhalb von, ja, ein Jahr, kann man sagen, erst vor einem Jahr, das Finale, in Anführungsstrichen, am 34. Spieltag, gegen Mainz, dass man nicht Meister wird, jetzt dieses Finale, wo natürlich niemand erwartet hat, dass sie hinkommt, ich meine, nach der Gruppe hat jeder gedacht, ja, ihr scheidet aus, aus der Gruppe, weil sie Todesgruppe waren, es war ja so eine Todesgruppe, ich habe schon gesagt, okay, also komplett ausscheiden werden sie nicht, also Platz 3 ist auf jeden Fall drin, vielleicht auch Platz 2, also es war schon so, wo ich dachte, ja, es ist möglich, sage ich jetzt mal, aber es ist halt bockschwer, weil es war schon eine Mannschaft, wo du dachtest, boah, also du Scheiße, im Endeffekt, fulminant da durchgestartet, und es war bitter, dass man sich am Ende nicht belohnen konnte, wir werden noch nie wissen, was passiert wäre, wenn Matzen nicht den Fehler macht, es weiterhin 0-1 steht, vielleicht macht man noch das 1-1, sonst geht die Verlängerung, vielleicht geht es 0-1 aus, vielleicht macht Real Madrid Dortmund was 0-2, man weiß es halt nicht, das werden wir auch nie erfahren, was gewesen wäre, Fakt ist aber, dass, und davon kann sich halt Dortmund nichts kaufen, sie trotzdem stolz auf die Leistung sein können, außerdem kriegen die paar Millionen nochmal extra für Bellingham, weil ich glaube, der hat eine Champions League Klausel drin, wenn er die Champions League gewinnt, dass Dortmund nochmal extra Geld bekommt, aber ich glaube, darauf hätten die lieber verzichtet, und wären selbst lieber Champions League Sieger geworden, und auch ich hätte es gefeiert, weil wie erwähnt, hier, Eintracht Frankfurt, ne, oh, das sieht ja gar nicht wegen dem Ding, andersrum, dann hätte ich uns auch mit in die Champions League gezogen, außerdem wäre es auch geil gewesen, mit 6 Mannschaften in der Champions League zu sein, ne, das wäre dann mega geil gewesen, aber ganz ehrlich, ich meine, da sagen viele ja, UEFA-Rangwertung da, nee, das ist ja kein Einfluss, weil es wieder immer durch die Anzahl der Mannschaften geteilt, aber trotzdem, das wäre doch geil gewesen, jetzt mal ganz ehrlich, lasst uns doch einfach mal gemeinsam mit 6 Mannschaften wieder da drin sein, man, ihr seid so doof, ne, alles gut, dann gewinnen wir die Europa League, und wir müssen uns eh mal drum kümmern, wie die neue Champions League abläuft, vielleicht erkläre ich das auch, das wäre auch so geplant, dass ich euch die erkläre, aber erst nach die EM, wenn die Champions League bald beginnt, dann erklärt man also die neue Champions League, mit dem Liga-System, etc., ganz generell international, die Gruppenphase gibt es ja nicht mehr, so in der Art, dass man dann als Drittplatzier in die Europa League absteigt, sozusagen, bis man als Europa League in die Konferenz League absteigt, so in der Art gibt es das ja nicht mehr, sondern anders, bin mal gespannt, äh, wie ihr die findet, und vor allem, bis wir eine Saison vergehen, dann können wir mal vergleichen, welches System ist besser, das bin mal gespannt, aber erst mal, EM, und dann noch, ja, ab Juli, wieder Streams, 2. Liga, wie immer, und so weiter, aber hier wird dann alles umgebaut, ich hoffe, ihr freut euch, und dann sehen wir uns, Livestreams auf jeden Fall, bis zur neuen Saison, ansonsten zwischendurch natürliche Videos, wie immer, das ist ja klar, Arrivederci, vielen Dank fürs Einschalten, bis dahin, und ciao, ciao.